Nach acht Jahren habe ich meine Ente wieder auf die Steige gebracht. Du kennst ja den Trudy, sie ist nicht so gärer unter den Leuten. Kommt mit dem Bähnchen wollte ich die Geometrie abchecken. Und dann geht die Trageta natürlich schon los. Warte, Bullion! Was müsst ihr jetzt auf das Hintergrund schauen? Hast du mir noch nicht genug? Ja, voilà! Ein super Start in die neue Abfahrtsaison. Da habe ich gerade so gehört, in der Silvan Zubrick auf Fittler und Plotte im Hotel um einander säkeln. Für die Stimmung wieder ein bisschen anzuheben, bin ich dann mit meinem Trudy in einem Kühenstall. Feines Essen, feines Reichen, eine todsichere Sache. Und der Blick auf meinem Radar wieder so eine lebe Küche. Ich drehe mich um und biete Gott, jetzt hat es mich. Aber Trudy, wenn du dich wohlfühlt, dann kriegst du halt gerne mal eine Sache zu tun. Kühenstall, ich kann jede Kühe zerrühren. Töne! Bis zum nächsten Mal, sete ich auf eine Geschichte. Da müssen.